Hallo, liebe Leute! Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Und dann hier auf den Pillen werden. Und dann hier auf den Pillen. 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 Aber ein Atzberg ist ein über 50 Jahre alter Einsatz, also wirklich der Fischverstand, ne? Vielleicht könnt ihr ihn finden. Er wird zwar langsam, aber man sieht ihn. Das ist das erste Mal, dass ich die GoPro im Regulären Skie-Einsatzteste. Oh, das war alles nur Test. Das ist im Englischen wirklich debatt. Das war jetzt der erste Abschnitt. Es war dann, mich da etwas hoch zu querern. Zugang zu Fußgänger-Talfahrt. Und das hier, was ihr jetzt seht, ist nicht abzugreifen. Das ist der Sessel-Lift. Graf Maast. Ein Zweier-Sessel-Lift. Um die, gebaut um, gebaut um die 2000er. Er löste einen Schlepp-Lift ab. Oh ja, da ist auch kalt. Auf子! Ja, schau jetzt. Ich habe die Stimme alleine gehört. Ja, hast du denn, hast du denn? Hörst du denn? Wir gehen da nach unten! Ja, ja, die haben nur ein Start-up-R Weiter-Greifen. Ich kriege die neuen Gebäude beim Schocken, noch nicht? Rona, machst du das? Ja. Machst du wo die Kraft fescht? Jaaa! Das darf nicht sein, aber ich weiß auch nicht, was... Fetch da oben! Fetch, Fetch, Fetch da oben! Spannende Ja, das ist ein recht neuer. Auch von Drümmer, ja? Und es ist eine Selbstbedienung. Es ist zwar jemand im Haus, also im Gebäude quasi, aber lieften müssen sie sich selber. Es war doch nie mit dem Motto. Ja, das stimmt. 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 Oh. Sind schon? Ist das so ein Ausgang? Ja, gut. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.